Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück. Da sind wir wieder. In der glorreichen letzten Folge sind wir jetzt motiviert, das jetzt endlich zu schaffen. Da ist schon wieder ein Polizist, Alter, ne? Ich hab auch schon einen weggehauen. Oder ne, hier ging's nicht hoch. Der Polizist stammt mit Brücken zu mir, den hab ich mal schnell weggemacht. So. Weil die Sniper wird wahrscheinlich viel Schaden drücken, ne? Aber trotzdem irgendwie... Ja, ne, incoming hab ich ja gesagt, ist die Scheiße. Alter, aber was ich da am Ende weggeholt hab, ne? Ohne Witz. Ja, ich hätt mal gern meine, meine, meine ist letztendlich mal gern. Letztendlich, wir haben jetzt schon die ganzen Kills aufgeholt, die wir in den letzten drei Karten gemacht haben. Ja. Jockey, hier, ich hab'n Jockey. Ich hab'n Jockey, ich hab'n Jockey gehauen, Alter, ohne Spaß. Ich hab'n geschlagen, ne? Ja, Alter, irgendwo ist noch ein Smoker. Hauen sie ab, hauen sie ab, hauen sie ab. Wuckelt grad so ein bisschen bei mir. Ich schieß den Polizisten in satt, Alter. Äh, da ist ein Charger, äh, ekelhaft. Gut, Charger, macht nix. Ja, wie ich auch, wie ich es auch nie schaffe, diesen Scheidstein hier mal zu äckten, Schlimmen, Alter. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ey, loil, wie kann man denn da runterfallen, Alter? Mann, ich falle immer durch dieses murtige Loch, was einfach vollkommen im Weg ist, Mann. Ja, ne, jetzt... Lungsmunition oder sowas. Ey, wie ich auch mal an jeder Ecke hängen bleibe. Der Anfang wie der Karte ist einfach das Schlimmste, Alter, mit dem ganzen rumgemuchtigen Rauch, Alter. Schon wieder ein Dingsbums. Alter, dieser Zombie, ne? Ich hab ne Pipe gefunden. Ey, ich wollte ja vollwerfen, ich bin nicht dazu gekommen, was anderes zu werfen. Lukas, komm mal rein, ich hab hier hinten noch Adrenalin für dich. Hier hinten auf dem Boden. Alter, hab ich nicht gesehen. Ja, weil du nie warst, ich hab nämlich die Pillen genommen und das Adrenalin getroppt. Äh, Alter, der... Ah, jetzt schon gut, der ist ja mutig, toll. Hier, wir brauchen jetzt nochmal Adrenalin. Ey, wo kommt er denn her, Alter? Lukas, jetzt nochmal ne Boomergalle, damit du dir auch nochmal was mitnehmen kannst. Ne Boomergalle? Na, ich hab Dings für den Tank, Alter. Ach, Mann, ich guck mal auf Franzis, tut mir leid. Hier ist nochmal die geile Schrotze. Nein, nein, wo ist die? Ah, jetzt hab ich meinen Schrotze gerade gedroppt, Alter. Wo ist die Schrotze? Da auf dem Tisch. Ja, ich hab die M16 mitgenommen, die ist auch nicht schlecht, aber ich mach die Schrotze viel mehr. Ja, im Hinterkamin nachher ist die geiler. Ja, wenn der Schrotze einfach irgendwo rinnen. Charger? Charger ist tot. Ja, ich konnte nicht schießen, weil du da standest. Da kommt Jockey, da kommt Jockey. Boah, Alter, wie du auch rein rennst. Ja, Entschuldigung, hab ich gerade gemerkt. Ich wollte einfach diesen Scheiß-Polizisten töten. Ich konnte den einfach nicht mehr ertragen. Wenn jetzt hier wieder der Dings kommt, ne? Ja, Alter, das war auch so ein bisschen Hard-Fail, einfach nur. Ditch! Oh, lol. Lol. Ja, Schrotze halt, ne? Oh, ja, das weiß man, ja. Wie der Hunter eben nichts gemacht hat, das meine ich damit. Ja, mit... Oh, hau ab. Ist da drinne? Wie liegt da so ne dumme Pistol, Alter? Ich nehm Tabletten. Gut, hau ich mir immer Pillen rein. Weil diesmal liegt hier gar keine Waffe, Alter. Liegt nochmal Boomer-Galle. Nochmal die Stafford-Schrotze. Ich wollte eigentlich nochmal die Dings nehmen, weil die waren eigentlich nicht schlecht. Nur fürs Incoming nachher, Alter. Weil die halt scheiße. Hier ist nochmal Motorsäge, wenn du willst. Ne, ich hab grad die Dings. Ich will eigentlich wieder eine Deagle haben. Da vorne lagen drei Deagles auf der Scheiß-Karte, Mann. Hier ist wieder der roter Tank. Äh, und wo kommt denn der Zombie, Alter? Okay, das war grad richtig Fail von mir. Äh, wo bist du denn? Bin ich, ich bin hier hinten. Äh, was machst du denn da hinten? Ich hab mich da in die Ecke gestellt, wo ich vorhin auch stand. Also ich komm raus, weil wir rennen alle Zombies zu mir, Alter. Ja, ich hab eben versucht, auch bei diesem Mega-Incoming dich da wegzuholen, weil eigentlich alle auf dich gegangen sind, aber da waren doch welche. noch auf mir drauf. Ist auch so ein bisschen blöd. Oh, Siegel, meine. Hat jetzt irgendwer hier Boomer-Galle oder so'n Scheiß wegen hier jetzt gleich Incoming und so? Wie gesagt, ich hab... Hä, jetzt komm ich nicht rüber, Alter. Ich hab mit Pipe und Dings und so haben einen... Warte, lass mal vorher die ganze Zeit ein bisschen wegschießen. Oh, da liegt auch nochmal Muni. Nochmal Pillen. Ich will doch gleich mal die Pillen. Jetzt kommt ja gar keiner, LOL. Ich komm mal jetzt hier bitte mal rein. Toll. Ich komm hier jetzt nicht rein in die Scheiß-Links hier, ne? Ich bin schon wieder wie bekloppt auf E, Alter. Da passiert aber wieder nichts. Scheiße, weißt du, was mir... Doch, geht doch nicht auf. Weißt du, was mir grad einfällt, kurz? Was denn? Kürz mich mal kurz. Ich muss grad kurz mal gucken. Ach ne, die hab ich schon runtergestellt, gut. Ne, meine, 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 äh, Dings hier. Lukas, wie viel Muni hast du noch? Da hinten ist noch Munition. 303, ich hab mir grad schon einmal genommen. Oh, okay. Aber ganz ehrlich, was passiert denn jetzt hier? Passiert ja jetzt nichts. Ne, irgendwie nicht so. Hallo. Ich wollte auch kurz gucken, ob wir hier so ein Polizeiauto jetzt mal annehmen müssen. Ne, vorhin war da irgendwie... Irgendwas von wegen hier, da war so ein Kreis, so ein Durchsichtlicher. Und dann ging's da los irgendwie. So, jetzt können wir hier. Lukas, guck mal. Wollte sagen, ins Kino direkt rein, oder wie? Jo, richtig geil, Alter. Dass das letzte Mal nicht ging. Ne. Das ist aber auch sehr geil gemacht, sag ich mal. So, und wo hast du hier oben jetzt diesen Scheiß gefunden? Oh Gott, da kommt ein Boomer um die Ecke, Alter. Oh, mir hat ein Hunter. Oh, zum Glück war's vorhin so ein Luis da, Alter. Ich konnte ja nichts machen, ich hab ja nichts gesehen, Alter. Aber der Scheiß-Tum, Alter, um die Ecke kam, Alter. Ganz oben in so nem komischen Raum war was drin, Alter. Weiß gar nicht, wo ich... Ich bin irgendwo so ne... Ich bin diese Treppe da hoch. Und da hinten in dem Raum lag diese Waffe drin, aber ich denk mal, die wird random spawnen. Ich krieg die Scheiß-Tüche schon wieder nicht auf, Alter. Irgendwas ist hier immer kaputt bei mir. Jetzt ist er auch. Du, weißt du, was ich hier gefunden hab? Was denn? Golfschläger. Hier haben wir einmal die Sniper. Gerade hier ist es im 16, ne? Aber die Halbautomaltik-Sniper auch ganz geil ist. Schade, ey, das... Aber das war fast... Aber das... Ja, das Teil war geil. Aber das Teil ist geil. Hier liegt auch nischt. Weil ich hier oben gerade eben schon war, Alter. Weil ich da unten durchgelaufen bin. Mann, wie ich diese Türen immer nicht aufkrieg, Alter. Hier ist noch so ein Nebenraum. Ich glaub, jetzt werd ich mal den Pipe mitnehmen. Ich glaub nicht, dass jetzt ein Tank kommt. So, jetzt seh ich überhaupt nicht durch, wo ich jetzt lang muss. So, Smoker tot. Jetzt wird er auch noch hittet, Alter. Jetzt lang, Alter. Halt mich hier. Hier oben, Mann. Hier oben, hallo. Hinter dir. Hey, was ist das? Hey, wir müssen zum Kinosaal, Bengel. Hey, wir waren doch schon da. Wir müssen doch hier nur wieder runterspringen. Ich glaube, hier kommen wir durch, Jungs. Hast du noch Muni? Ja. Ja, das hab ich das letzte Mal auch gedacht. Dann ist mir die ausgegangen. Ja, ich hab voll fast. Ich hab einmal auf den Scheißsmoker eben geschossen. Dann. So, dann komm ran jetzt hier, Alter. So, diesmal verkämpfen wir uns hier unten drauf, Alter. Hast du schon draufgedrückt? Ja, ja, hab ich. Ich stelle mich hier schon mal in Position, die Scheiß-Aktion. Kann man die jetzt schon holen? Nee, ne? Da war ein Boomer. Hast du dich den Boomer abbekommen? Ja. Ähm, äh. Du musst da jetzt einmal auslösen gehen, damit er sagt, hier von wegen Axt holen. Ja, du musst hier auslösen. Du bist witzig, jetzt hänge ich hier hinten. Ah, ne, okay, du kommst. So, jetzt hilf mir mal, bitte. Ich muss da hier die Axt holen. Pipebomb. Ja, sehr gut. Ah, du verreckig hierbei fast, Alter. Ja, weil der Zombies mich immer noch haut, Alter. Guck dir das an. So, ich hab sie. Haut ab, Mann, Alter. Bam. Ich bleib schon wieder hängen, Alter. Ich komm hier nicht hoch, Alter. Hilfe. Alter, ein scherziger Zombie unter mir steht. Hilfe, Lukas. Hilfe. Was denn? Du hast die Zombies nicht ver- Alter, ein und- Wohne Spaß, Alter. Jetzt hab ich meine Dings gedroppt, Alter. Jetzt hab ich keine, keine, keine. Alter, hau mir ab. Hier gibt mir die Axt wieder. Alter, wo sind die ganzen Scheiß-Zombies? So, bam, weg da mich. Ich muss mich jetzt ganz dringend erstmal heilen, Alter. Ich hab noch neun Leben. Hier ist der Safe- Lol. Ach, nee, hier ist der Safe-Rump, so. Ja, liebe Leute. Ich komm hier nicht raus, Alter. Komm rein hier, komm rein hier. So, Tür zu. Alter, wir vorm Safe-Rump verreckt sind, Alter. Alter, ist auch so. Das waren jetzt mal gar nicht so viele. Das letzte Mal waren das deutlich mehr, Alter. Ja, nee, ich würd aber gerne wissen, wie viel die anderen das waren, Alter. Ja. Also, das zählt er, glaub ich, gar nicht mit, ne? Ich weiß nicht. Glaub ich nicht. Am Ende, glaub ich, zählt er das mit. Ja? Hm. Am Ende zählt er ja die ganzen, äh, Neustarts und sowas. Zählt er auch nicht mit da, Alter, rein. Ach so, okay. Na, dann sehen wir's, ja. Ja, mal gucken. Das waren aber auch wieder über 200, Alter. Ja. Ja, würd ich auch sagen, dann war das auch jetzt eben in dieser Folge. Diesmal ein bisschen effektiver als in der vorherigen. Ja, auch diesmal ein bisschen kürzer. Ja. Ich hab jetzt da mal nicht gestellt, aber. Das war schon ein bisschen schnell, aber wir wussten, wo es lang ging. Ja. Erkt man schon, dass das was ausmacht, wenn man eine Karte das zweite Mal spielt. Jo. Alter, bei mir lädt er sich wieder einen ab, ne? So, wir haben jetzt noch zwei Karten, ne? Kann das sein? Ja, wir haben jetzt noch die Church und dann noch Back to School. Okay. Jo. Ja, der Bot hat natürlich am meisten getötet. Ich seh's grad nochmal. Ja, ich hab am zweitmeisten. Der andere aber am wenigsten. Da sieht man, wie der Bot in Kompetenz-Zone gleicht sich dann wieder aus. Ne. Ähm. Jo. Dann würd ich sagen... Ja, warst dann erstmal wieder wieder diese Folge. Genau. Dein Tschüss. Ja, genau, liebe Freunde, macht's gut und in diesem Ladebildschirm hören wir dann jetzt auch auf und dann würd ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut! Versorgt deine Wunsch... 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 Vielen Dank.